Na mein kleiner Schnuck kurz, bist du so eine tapfer Maus, zeig mir mal dein Musi-Maus-Auge. Okay, kann ich sehen, prima, machst du ganz toll, zeig mir nochmal von oben auf. Okay, Schatzi-Beer, bist du ein bisschen unförbig momentan, ne? Halleluja. Gut, schnell wieder rein, nachher geht's zur Tante Doktor.